so hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen film wie viele von euch vielleicht noch nicht wissen haben wir auch einen instagram account mit dem gleichnamigen kanal wo wir regelmäßig fotos hochladen aber auch hier ist es so dass wir die letzten jahre einfach gar nichts mehr gemacht haben und wir haben uns gedacht wir könnten jetzt den kanal auch da wieder aufleben lassen und dafür ist es halt wichtig dass wir mal das thema bildbearbeitung ansprechen kerstin interessiert sich für das thema jetzt auch ist aber auch anfänger von daher ist kein problem wenn wir das jetzt gemeinsam machen ich habe mir jetzt überlegt wir werden mal ein paar bilder bearbeiten und immer wenn kerstin eine frage hat kann sie die frage einfach stellen das hilft mir dann auch vielleicht zu erkennen wo gibt es schwierigkeiten das bild wird jetzt hier in kamera aufgemacht das liegt einfach daran weil ich mit photoshop arbeite mittlerweile ist es aber so dass die bildbearbeitung programme alle sehr ähnlich geworden sind auch jetzt zum beispiel photoshop elements oder lightroom oder natürlich gibt es auch von anderen firmen sehr gute bildbearbeitungsprogramme ich selber arbeite seit 20 jahren halt mit photoshop und habe mir da meine routine angewohnt und auch hier ist es so das bild wird jetzt wie gesagt in kamera geöffnet und das was ich jetzt zeige ist einfach so meine art und weise wie ich das bild jetzt entwerfen würde oder entwickeln würde aber da sind auch die geschmäcker verschieden auch die die vorgehensweise ist immer unterschiedlich also was ich jetzt erkläre muss nicht unbedingt das nonplus ultra sein ich sehe das bild und ich stelle mir vor wie könnte es fertig aussehen und hier bei diesen ganzen reglern ist es so egal welchen regler du da verstellst der hat natürlich auswirkungen auf die entwicklung hier steht schon dabei dass ich die belichtung das heißt wenn ich jetzt hier nach rechts gehe also in den positiven bereich dann wird das bild heller im negativen bereich wird das bild dunkler und wir gehen jetzt einfach mal die ganzen sachen durch die farbtemperatur entscheidet wie warm oder wie kalt ein bild dargestellt wird also umso wärmer das bild wird umso gelb lichter orangener wird das bild umso kühler umso blauer das erkennt man hier auch an diesen balken wenn ich den regler jetzt nach links schieben würde würde es blauer werden nach rechts gelber beim farbton kann ich halt in den grünen beziehungsweise in den magenta bereich verschieben bei den heutigen kameras egal ob das jetzt 15.000 euro teure mittelformat kamera ist oder eine kleine kamera aus dem smartphone ist es eigentlich so dass die schon wirklich gute fotos einstellen also da muss man mal dann anzubrechen die qualitäten sind wirklich super man hat zwar die möglichkeit hier über diese pinzette in einen neutral grauen bereich einzuklicken also wenn ich jetzt in weiß reinklicken sagte direkt das geht nicht ist zu hell das hört man vielleicht im hintergrund dieses klingen es geht nicht weil es zu hell ist man müsste einen grauen bereich suchen so wie das hat man hier vielleicht so und wenn man da hinklickt dann passt der die farbtemperatur hier oben automatisch an normalerweise stimmt das schon bei der aufnahme recht gut aber falls man deshalb korrigieren möchte man kann auch hier in verschiedene bereiche reinklicken das wird sich dann immer wieder so ein bisschen anpassen jetzt ist es grünlicher geworden wieder ein bisschen bläulicher wir schauen dass wir hier diesen bereich nehmen weil das das sieht relativ natürlich aus jetzt ist es so wir arbeiten direkt von unten nach oben durch die belichtung heißt wir können das bild insgesamt heller oder dunkler machen jetzt haben wir natürlich das problem hier die render die sind recht dunkel der wasserfall selbst ist aber schon sehr hell das ist eine aufnahme die wurde mit 0,3 sekunden aufgenommen bei einer blende von f16 das möchte jetzt so nicht so viel sagen aber dass man mal so verhältnis bekommt wie war die aufnahmezeit wie war die blende die blende war hier sehr geschlossen mit f16 die belichtungszeit mit 0,3 sekunden weiß nicht unbedingt lang aber wäre zum beispiel lang zu lange wenn du jetzt eine laufende katze fotografieren wollen würde weil die wäre dann verschwommen und das gleiche ist jetzt hier auch passiert mit dem wasserfall anstatt da diese einzelnen tröpfchen zu sehen wie man sie beim wasserfall sieht durch die etwas längere belichtungszeit ist das seidiger geworden geschmeidiger ja so richtig schön milchig und wenn ich jetzt hier hingehe und ziehe das ganze bild einfach hoch damit ich hier die dunklen bereiche heller bekomme dann wird natürlich auch der wasserfall heller und man sieht das schon der fängt jetzt schon an zu blenden so richtig zu strahlen weil es einfach zu hell wird also gehe ich jetzt lieber hier im belichtungsbereich hin und macht es so dass mir der wasserfall gefällt weil da besteht die größte gefahr dass der mir wegbrechen könnte also so dass es noch nicht am blenden ist das ist jetzt ganz minimal angehoben bei den lichtern könnte ich jetzt natürlich entgegenwirken lichter heißt ich kümmere mich nur um die hellen bereiche wenn ich jetzt hier runter gehe siehst du schon wie der wasserfall wieder schwächer wird aber auch nur der wasserfall das was jetzt hier drum herum ist die dunklen bereiche die bleiben so wie sie sind gut aber das ist ja geschmackssache wenn einer das bisschen heller will ein bisschen dunkler will ich muss ja dazu sagen ich bin sehr verwöhnt was fotoentwicklung betrifft weil wie gesagt es ist alles er das macht oder wenn ich sage ich brauche ein foto kannst du mal schauen er macht das und dann habe ich gesagt immer dieses fragen ist mir auch zu blöd auf dauer ich möchte das jetzt selber lernen ich weiß das ist eine mega aufgabe deswegen werde ich wahrscheinlich die ein oder andere frage haben oder blöd schauen aber schauen wir mal was bei rum kommt okay ist einfach so ich bin da ehrlich nein passt ja alles gut wie gesagt bei den lichtern ist es jetzt so ich habe jetzt den wasserfall wieder korrigiert jetzt kann ich natürlich hier hingehen und über die belichtung das ganze wieder etwas anheben damit das drumherum wieder heller wird natürlich braucht aber auch der wasserfall dann wieder heller deswegen glaube ich das jetzt mal bei 0,35 wie es vorher war wir haben den wasserfall nach links über die lichter korrigiert dass es hier passt und jetzt gehen wir über den regler tiefen tiefen heißt also hier die dunklen bereiche werden jetzt bearbeitet werden auch nach rechts wieder heller ich mach das jetzt mal ganz übertrieben dass man das sieht das wird als jetzt wesentlich heller und nach links würde es natürlich noch dunkler werden jetzt kann man natürlich damit spielen mit dieser bearbeitungsweise wenn ich sage okay ich lasse das absichtlich dunkler damit hat der wasserfall besser rauskommt oder aber ich mache den hinter diese dunklen bereiche auch etwas heller damit das gesamtbild einfach heller wird das würde ich jetzt in dem fall schon empfehlen weil dunkel da kommt zwar der wasserfall raus aber es gehen hier sehr viele details ja das ist übertrieben auch denke ich auch deswegen gehen wir hier lieber etwas höher wie gesagt man kann halt immer wieder ein bisschen hin und her korrigieren bis das einem das wirklich passt denn egal was man hier verändert es ist halt nur in dieser phase wo wir gerade am bearbeiten sind also wir können hier jeden regler jederzeit wieder verschieben so lange bis wir hier auf fertig gehen dann würde das bild so fertig abgelegt werden auf der festplatte oder öffnen dann würde das bild mit dieser bearbeitung die wir gerade haben geöffnet werden aber ist auch kein problem ich gehe jetzt einfach mal auf öffnen das heißt das bild wird jetzt hier in photoshop geöffnet wenn ich es merke ach mist ich hätte vielleicht doch noch was bearbeiten können über filter kamera raw filter komme ich wieder in dieses menü rein und natürlich sind auch die werte die wir jetzt okay die werte hat er jetzt übernommen das ist jetzt ein update gewesen von photoshop das war bis jetzt tatsächlich nicht so bisher war es immer so wenn man auf öffnen gegangen ist und hat dann den filter wieder aufgerufen dann hatte der sich diese ganzen werte hier gemerkt okay jetzt hat er das alles auf null gesetzt weil das der aktuelle stand war das das muss ich mir sagen kann man nicht zwischenspeichern das bild ist halt mit den werten gespeichert worden die wir gerade hatten nur wir können jetzt halt nicht mehr schauen okay wie viel hatte ich jetzt an der belichtung korrigiert also merken die zahlen aber dass das kommt jetzt fast so vor als wenn das noch das originalbild wäre ich glaube der hat diese werte gar nicht übernommen ich mache das mal sehr viel heller gehen wir auf ok jetzt hat er das so übernommen das speichere ich jetzt mal extra nicht sondern ich will mal schauen was passiert wenn ich jetzt das original wieder hernehmen also ich habe mir das original von der festplatte noch mal geholt und hier hat er sich jetzt diese werte gespeichert was wir gerade eingestellt haben gehe ich aber jetzt auf öffnen und dann wieder auf kamera raw filter dann hat er wieder alles auf null gesetzt oder ja ja das ist ja blöde also ich das ist eigentlich ziemlich dumm weil früher war es wirklich so ich gehe jetzt noch mal auf abbrechen und hol mir das bild wie wir es gerade bearbeitet haben von der festplatte früher war es wirklich so wenn du zwischendurch auf diesen filter gegangen bist und kamera raw filter dann hat er sich halt diese werte hier wieder geholt weil das wäre ja auch sinniger gut aber wahrscheinlich wenn du das jetzt so als öffnen muss dann nimmt er halt alles wieder als referenz dass du neu bearbeiten kann ja okay aber müssen wir uns merken wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht war bisher auch anders aber ich glaube vorgestern gab es wieder ein update von photoshop hier kommt ja fast monatlich ein update raus deswegen aber gut da stören wir uns jetzt nicht dran ich mache das noch ein bisschen heller so das ist ein präzedenzfall von dir ja ja auch das passiert das ist auch das was ich vorhin meinte meine vorgehensweise muss nicht immer die 100 prozent richtige sein es gibt auch viele die bearbeiten auch völlig andere weisen und kommen dann auch zu anderen ergebnissen sind aber mit den ergebnissen zufrieden und gerade wenn es so ein komplexes programm betrifft wie photoshop da trifft man immer wieder auf neue sachen also es gibt niemanden ich meine ich arbeite seit 2001 mit photoshop also jetzt seit über 20 jahren und lerne trotzdem immer wieder was dazu weil es andere methoden gibt ich lerne natürlich auch von anderen youtuber wie zum beispiel brit maschke oder schweig hofer sehe ich gerne da da lernt man auch immer wieder neue tricks und aber man hat sich irgendwann so eine gewisse vorgehensweise angelernt und wenn es dann etwas gibt was besser ist übernimmt man nicht automatisch weil man in dieser alten struktur festhängt ist einfach so ja deswegen man muss halt mit dem programm arbeiten und was wir jetzt hier machen ist ja einfach nur eine schöne bild bearbeitung es geht sich gar nicht darum dass wir nachher die mega crack sind mit super kenntnissen sondern einfach dass wir in der lage sind ein schönes bild zu erstellen um es dann bei instagram hochzuladen ja und das wird nach diesem video auch bestimmt jeder nachmachen können so gehen wir weiter jetzt geht es mit dem reiter struktur weiter dass das sagt der name eigentlich schon mit der struktur arbeite ich die details etwas weiter raus also gehe ich nach links werden diese ganzen details verwaschener verschwommener und nach rechts arbeite ich die details weiter raus hier muss man natürlich den kompromiss finden ich kann natürlich sagen okay ich habe jetzt hier ein gesucht auf 100 prozent bildgröße da geht es natürlich auch darum wie wird das bild später ausgegeben beziehungsweise was habe ich mit dem foto vor wenn das jetzt wirklich nur für instagram ist wo das war als kleines bild dargestellt wird auf dem monitor oder sogar auf dem handy ungefähr in der größe dann ist es völlig unwichtig dass ich jetzt hier mega die details ausarbeite aber wenn ich das ausdrucken möchte zu hause dann hast du jetzt hier zum beispiel jetzt sind wir bei 33 prozent und du siehst ja das ganze bild das ist hier unten wir haben also jetzt hier ein ausschnitt und diesen ausschnitt den wir jetzt hier sehen wir haben jetzt hier einen 24 zoll monitor für alle die zuschauen und bei uns hat das bild eine größe von din a4 das kann man sich so auch als referenz nehmen also so wie das bild jetzt da wäre wenn ich so ausdrucken würde in din a4 format würde das auch fast genauso aussehen wie jetzt am bildschirm wenn ich jetzt also hier mit den strukturen hoch geht das wirst du aber hier kaum feststellen können außer ich zeichne es weiß das weiß zeichnen fällt immer brutal auf deswegen immer hier sagte bewegen wir gehen jetzt hier hin und gehen etwas in den positiven bereich um diese strukturen etwas rauszuarbeiten ich orientiere mich dabei hier an diesen felsen genau oder hier unten am moos und wie gesagt zu viel würde ich gar nicht machen weil sonst wird das irgendwann auch zu verpixelt du siehst es ja hier dort da kommen schon so kleine kleine kleines gegrisselst raus auch das würde jetzt nicht unbedingt auffallen je nachdem wofür man es verwendet aber ich versuche halt trotzdem immer so recht neutral zu bleiben dass es halt insgesamt schön aussieht so mit der klarheit ist es ähnlich da kann ich entweder das ist eine ähnliche form wie der kontrast also mit dem kontrast wenn ich jetzt hier verändere dann arbeite ich hell und dunkel kontraste sehr stark raus und das sieht eigentlich bei der original aufnahme schon sehr gut aus deswegen habe ich das vorhin auch gar nicht bearbeitet aber hier wie gesagt könnte man hell und dunkel kontraste herausarbeiten oder das ganze weich zeichnen das lasse ich aber jetzt mal so wie es wie es war weil es einfach schön ist schon ja genau und mit der klarheit ist es so die tonwerthelligkeiten sag ich mal werden herausgearbeitet also auch hier ist es so gehe ich nach links mache ich diese tonwert kontraste weicher zueinander gehe ich nach rechts arbeite ich die details immer weiter raus also man sieht das zum beispiel hier in dieser felsen gruppe oder auch hier in dem wasserfallbereich schaut mal dahin wenn ich jetzt hier nach links gehe noch das extrem milchig weich hier oben auch gehe ich jetzt nach rechts kommen die details immer weiter raus das ist aber schon überzeichnet ja das sieht schon aus wie ein ölgemälde quasi genau das ist also viel zu viel also deswegen lieber sacht daran gehen ich sag mal so ich schaue auch gar nicht auf den regler sondern ich schaue auf das bild schiebe immer hin und her und schaue okay jetzt so gefällt es mir am besten wir sind das bleibt plus 35 14 ich würde sagen so die mitte davon so um die 20 habe ich jetzt mal eingestellt das gefällt mir ganz gut ja das passt dunst entfernen das ist ein filter der kam vor ungefähr so einem jahr und halb jahren kam der dazu und hier ist es so das ist eine mischung aus tonwerk korrektur kontrasten auch da sieht man das einfach wenn man den regler bewegt gehe ich nach links wird alles weich gezeichnet egal ob tonwerte oder kontraste das ganze bild wird weich gezeichnet gehe ich nach rechts wird es noch mal extremer nachgeschärft und auch die kontraste werden verstärkt auch hier ist es so ich schaue was gefällt mir hier so am besten so das heißt wir sind schon fast wieder im nuller bereich und das ist das was ich vorher meinte wir haben jetzt hier das korrigiert wegen den wasserfall und den felsen also die lichter und tiefen aber sonst haben wir gar nicht so viel verstellt liegt vielleicht auch dran weil das foto von vornherein gut aufgenommen wurde also es war es ist ja schön fotografiert worden man sieht das ist jetzt die k5 gewesen die pentax k5 die ist ja schon genau zehn jahre alt oder sie macht wunderschöne foto also ich sag das ist ja nur dass dass du da nicht mehr so viel raus muss das sind ja nur so kleine details die das ändern muss deswegen finde ich es ist ein sehr schönes bild so oder so also was man auch noch schnell zeigen kann ist man sieht ja hier diese lupe ja wenn man die linke maustaste drückt und nach rechts schiebt vergrößert man das bild drückt man nach links verkleinert man das bild okay das kann man sich auch mal merken und was ich gerade noch gemacht habe ist wenn man die lehrtaste gedrückt hält dann verwandelt sich der zeiger hier in so eine hand das heißt man könnte das bild verschieben wenn man also jetzt sehr nah ran gesucht hat und man will schauen aber wie sieht das jetzt hier aus lehrtaste drücken und dann immer mit linker gedrückter maustaste das bild so verschieben das sind so kleine tastaturkosten die lernt man mit der zeit und wir fixieren uns jetzt mal das bild wieder so relativ jetzt können wir noch schauen wegen dem dynamik umfang und wegen der sättigung das bild ist schön aber ich mag es tatsächlich wenn es etwas etwas bunter wirkt also jetzt grün grau ja so etwas über natürlich sage ich mal das heißt ich gehe jetzt mit der sättigung etwas hoch damit das hier richtig schön saftig wird man sieht jetzt hier die gelb und grüntöne in erster linie weil das bild hat überwiegend aus grau gelb und grüntönen besteht werden hier angehoben auch hier kann man natürlich mega übertreiben macht man das so rum wird es also man sieht hier kommt jetzt noch die sette groß das heißt der dynamikumfang der der kümmert sich jetzt nicht direkt nur um die die buntheit des bildes sondern verringert den dynamikumfang das heißt also kann man so schöne color keys machen aber das wird ein anderes thema werden in einem der nächsten filme aber wie gesagt ich hätte hier lieber den dynamikumfang etwas an das kann man natürlich auch schon bei der kamera machen aber ich habe tatsächlich meine kamera immer auf standardeinstellungen ich verändere da gar nichts sondern macht lieber alles im photoshop später so zu bündel was auch nicht machen ich glaube so sind ganz schön lebendig ja so jetzt das nächste thema wäre die gradations kurve auch hier ist es so dass man noch mal feineinstellungen vornehmen kann aber man sieht das hier ist der tonwert bereich hier unten und man sieht der komplette tonwert bereich ist gefüllt mit informationen also wir haben jetzt hier bei den helligkeiten keine ausbrecher wir haben bei den tiefen keine ausbrecher auch wenn das hier sehr hoch rauf geht aber wir haben noch nicht oben angetitscht man könnte jetzt hier noch mal ein fein tuning vornehmen auch wieder hier unten drüber entweder indem man die regler bewegt oder man kann jetzt hier ein klicken und das dann nach links oder rechts verschieben aber man man braucht es eigentlich nicht weil man hat hier über die grundeinstellungen schon so viele feineinstellungen gemacht man könnte jetzt hier noch mal wirklich so ganz kleines fein tuning vornehmen weil hier wird jetzt noch mal differenziert bei den lichtern zwischen lichter und helle farbtöne und bei den tiefen das sind so ich sag mal die dunkleren mittel mitteltöne und die tiefen oder die helleren mitteltöne und die lichter das ist jetzt ziemlich das fachschinesisch aber auch hier sieht man das ja so ich folge dir schon ja 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 im endeffekt ist es wirklich rumspielerei beziehungsweise rumprobiererei was passiert wenn ich wo was verstelle wäre das vielleicht interessanter anzuwenden bei so wo du viele bunte farben hast bei so einem foto das hat jetzt nichts mit mit den farben an sich zu tun es geht sich eigentlich darum um die helligkeitsinformationen also farben sind generell nur helligkeitsinformationen bei einer kamera ist es so also das geht jetzt schon sehr in die in die tiefe der ganzen systematik aber die die kameras die haben einen bayer sensor eingebaut genauso wie auch jetzt im bildschirm zum beispiel und der basiert auf den farben rot grün blau rgb kennt wahrscheinlich jeder und all diese farbinformationen roh grün blau basieren nur auf helligkeiten habe ich einen sehr hellen rot wert oder einen sehr niedrigen rot wert und so entsteht hat ein bild in dem diese kombinationen alle gemischt werden und wenn man jetzt ganz nah an einen kamera monitor ranzoomen würde dann würde man wirklich die einzelnen pixel erkennen hast du einen roten pixel der hell oder dunkel ist daneben einen grünen pixel der hell oder dunkel ist einen blauen pixel der hell oder dunkel ist ja aber das ist schon mal gehört zum beispiel früher früher gab es diese diese großen wahlplakate in den stadt ja genau 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 da ist es ja das ist dann also das ist jetzt hier die die additive farbmischung das heißt umso die die farben addieren sich und umso mehr farben addiert werden mit höheren tonwerten desto heller wird das okay und bei diesen farbplakaten ist das die subtraktive farbmischung das heißt das basiert auf smyc cyan magenta yellow key die grundfarben die vier die auch in jedem drucker drin sind und wenn ich da mehrere farben übereinander drücke wird das bild immer dunkler und ja aber wie gesagt das geht jetzt viel zu viel am thema vorbei aber das war jetzt mal so zur erklärung und für mich war das jetzt wichtig ja ja um gottes mal passt ja alles wie gesagt man könnte jetzt hier noch ein plant jünger vornehmen ich habe jetzt hier auch mal noch so ein bisschen korrigiert was ich für richtig gilt so bei details ist es so man kann das bild noch mal weiter nachschärfen oder mit der rauschreduzierung wenn das bild jetzt raus das wird jetzt in dem fall nicht so sein weil das wurde bei iso 80 aufgenommen das ist also ein sehr niedriger iso wert aber wenn es jetzt dunkel ist das werden wir gleich auch noch mal haben bei dem sonnenuntergang zum beispiel da war die iso sehr hoch und dann rauscht das bild das könnte man dann hiermit korrigieren und die rauschreduzierung farbe die kümmert sich eher um das rauschen innerhalb der farben selber dieses farbrauchen und im großen und ganzen was ist eigentlich schon weil das bild ist jetzt tatsächlich so entwickelt wie es auch relativ natürlich ausgesehen hat jetzt kann man natürlich hingehen hier über den regler farbmischer wenn ich jetzt sage okay eigentlich war das ja eher herzlich das ganze was jetzt hier grün ist das war eigentlich viel gelblicher dann könnte ich mir jetzt hier den grünen farbbereich raussuchen und über den farbton also hier sind drei reiter drei unterreiter hiermit verändere ich die farbe an sich ich nehme jetzt mal den gelben farbton weil hier überwiegend gelb drin ist beziehungsweise in grün ist ja auch gelb drin wenn ich den gelb im bereich farbton gelb nach links verschiebe wird das hier orange und hier im bereich grüner ich zeig das mal sowas orange so wird grüner kälter ja so so schön so ist das recht herzlich aus aber schau mal wie weit wir jetzt mit dem gelb hier rüber gewandert sind und genauso verändert sich das jetzt auch mit dem mit dem grünen regler weil da ja auch viel grün drin ist wenn ich jetzt noch mehr nach geld über nach geld produzieren ja es ist aber hier ist das hier dann wird das noch herbstlicher oder ich gehe wieder in den grünen bereich dann wird es wieder grüner werden aber das weiß sich richtig ja aber ich glaube so sah das tatsächlich aus als wir da gewesen sind ein bisschen bunt ja das schön ja genau wenn du jetzt sagst okay war das grün weiß aber immer noch hier also ich finde das tatsächlich gut wie es ist aber es könnte ja sein dass ich sage okay das grüne hier das beißt zu sehr dann kann ich über die sättigung die sättigung heißt wie sehr ist der farbton gesättigt also grün ist ja nicht gleich grün wenn ich jetzt hier zum beispiel den grün regler nach rechts schiebe dann hole ich das grün noch intensiver raus das heißt das wird noch intensiver nach links wird es immer grauer werden das gefällt mir nicht das war jetzt auch nur zum zeigen wie gesagt wir können jetzt hingehen und sagen okay das ist das moos das sah richtig schön saftig aus das sehen wir noch ein bisschen an dann schieben wir hier in den positiven bereich und beim gelb genauso auch da heben wir noch etwas an und jetzt haben wir hier oben auch die orange töne da könnten wir auch sagen wir heben da noch etwas an aber das ändert nicht so viel weil im ursprungsbild war ja gar nicht so viel orange drin also man sieht dass ich kann hier machen was ich will da ändert sich nichts genau das orange ist ja erst gekommen nachdem wir gesagt haben wir schieben das hier in den orange bereich rein das heißt wenn ich das eigentliche orange hier oben verändern will muss ich nicht den orange regler verschieben sondern in den gelb regler das heißt wenn ich jetzt hier nach rechts gehe wird das orange nach weil das ist ja das schaute ja das hat ja auch dass das sieht schon extrem herzlich aus ja extrem aber es hat was so und das waren eigentlich die ich sag mal die vier reiter die wirklich wirklich schon 99 prozent erschlagen von dem was man bei der bildbearbeitung oder bei der bildentwicklung machen muss es gibt jetzt hier noch das color grading wo man noch mal ein fine tuning vornehmen könnte wenn man sagt ja okay das weiß das ist jetzt hier schon ausgebrannt aber zum beispiel hier die tiefen die waren etwas rötlicher dann könnte man hier hingehen und das noch verschieben in den rötlicheren bereich mitteltöne lichter das ist wirklich reines experimentieren also ich kann das jetzt hier noch eine stunde in der länge ziehen indem wir jetzt hier noch fein ich werde dich wahrscheinlich öfter rufen ja um gottes willen gerne wie gesagt wenn du jetzt sagst du möchtest jetzt hier die tiefen verändern das würde jetzt also eher hier die bereiche betreffen dann kann man jetzt hier hingeben das ganze ins rötliche reinschieben und alles was jetzt mit den tiefen zu tun hat wird ins rote verschoben oder ins blaue oder ins grüne da also man man könnte sich jetzt hier ein quietschbuntes fantasy bild zusammenarbeiten was hat das hat nicht mehr viel mit der realität zu tun aber es ist halt möglich das ist das geile was photoshop ausmacht man kann wirklich eigene welten erschaffen aber ich bin jetzt ehrlich bei den meisten fotos versuche ich schon relativ realistisch zu bleiben außer es ist jetzt ein sonnenuntergang das werden wir gleich sehen wie gesagt bei dem bild jetzt hier ist es eigentlich schon fertig weil ich wüsste jetzt nicht was wir noch großartig verändern wollen gar nichts weil das ist so viel information schon ja das ist wie gesagt also es ist vielleicht ganz gut wenn man sich den film auch so ein oder zweimal anschaut damit man noch mal die information wiederholt bei der optik ist es so man könnte jetzt je nachdem was man für ein objektiv verwendet hat hier noch ein fein tuning vornehmen das heißt die vignette wird hier raus gemacht also die abdunklung am rand beziehungsweise die verzerrung des objektivs könnte man hier mit raus rechnen aber das ist alles schon sehr sehr spezifisch also ich weiß das weil ich weiß welche objektive ich verwende das bild ist jetzt hier sehr alt ich müsste das also erstmal auslesen welche optik da überhaupt verwendet worden ist ich glaube das war das 1645 erhebt jetzt genau das war das 1645 das könnte ich also jetzt hier einstellen und damit auch noch mal korrekturen vornehmen aber das geht alles zu weit geometrie ist ähnlich da könnte man halt verzerrungen bei einem haus raus korrigieren aber das sind alles sachen die haben wir jetzt hier bei dem bild gar nicht das was wir jetzt gemacht haben hier das ist das mit definierte was ich gerade meinte hier könnte man die auch noch mal raus korrigieren oder absichtlich einer reinarbeiten hat das so schön ja das gefällt mir aber ich würde es gar nicht so hell machen so ganz minimal nur dass es hier an den ecken vielleicht noch heller wird das hätten wir jetzt auch wirklich mit dieser objektiv korrektur hier heraus machen können aber und hier gibt es noch eine kalibrierung das ist aber auch eher interessant ist aber so wenn man wirklich für den profi bereich arbeitet oder für die druckvorstufe natürlich nicht nur hobby deswegen rein vom bild her ist das fertig wir können das jetzt nochmal speichern wir legen das da noch mal ab unter bearbeitet und wir holen uns das original mal dazu das öffnen wir jetzt mit den standardeinstellungen gut das haben natürlich hier alles die die werte übernommen weil es halt ein robert ist ich wollte jetzt eigentlich mal den vergleich zeigen vorher nachher aber dann müsste ich jetzt hier alle werte wieder auf 0 stellen das ist ja auch unsinnig aber so wäre das jetzt eigentlich schon schönes bild was mir jetzt noch auffällt ist dass das ganze bild kippt also man kann jetzt hier mit ansicht lineale zum beispiel die lineale einblenden lassen und das coole ist wenn man dann hier drauf klickt und die maustaste gedrückt hält kann man sich so eine so eine linie runterziehen so kann man sich also einzelne so wie so eine art schachtbrett zusammenbauen wenn man jetzt zum beispiel auswahlen treffen will und man kann das so nach links und rechts auch wieder weg schieben aber mir ging es eigentlich darum das ist jetzt das bild ich habe jetzt hier eine gerade linie und wenn ich die hier nach unten ziehen dann sehe ich der wasserfall kippt der kippt nach links und ich kann das korrigieren indem ich mir jetzt hier dieses freistellungswerkzeug nehme das klicke ich einfach an und wenn ich jetzt hier mit dem maus zeiger etwas außerhalb des bildes bin also ich mache mir jetzt hier etwas mehr raum und man sieht jetzt hier jetzt wird hier diese diese kurve draus wenn ich jetzt die maustaste drücke und gedrückt halten dann kann ich das bild drehen und man sieht jetzt dieses rechteck was da entsteht das ist quasi das rechteck was am ende bleiben wird wenn ich jetzt loslassen wir machen das einfach mal recht gerade ungefähr so hätte ich es gesagt das heißt die bereiche die jetzt hier sind außerhalb des markierten rahmens die fallen weg wenn ich das jetzt bestätigen möchte mache ich einfach einen doppelklick das bild ist gerade diese störende linie macht man weg fertig fertig ist das bild das war's das speichern wir jetzt noch mal damit ist das schon mal fertig jetzt nehmen wir uns mal einen kleinen härtefall vor zum beispiel hier diesen sonnenuntergang das war am chiemsee abends dunkel kurze belichtungszeit gemacht weil ich nicht wollte dass die die sonne hier ausbrennt weil das problem ist hätte ich länger belichtet wäre der ganze kegel um die sonne herum wesentlich heller gewesen man hätte die sonne gar nicht mehr gesehen genau das weiß ich das hast du mir schon erklärt ja und jetzt haben wir genau den gegenteiligen effekt das heißt die sonne ist wunderbar zu sehen aber hier drumherum ist nichts mehr und jetzt ist hier die vorgehensweise eigentlich vom prinzip ja genau die gleiche wie wir gerade auch schon gehabt haben wir arbeiten uns regler für regler vor in dem fall sind die dunklen bereiche sehr ausgebrannt sage ich mal das heißt die hebe ich mir erst mal komplett an so weit wie es geht man macht dann korrigiere ich mit den lichtern wieder nach unten damit ich sehe wie viel könnte ich an der sonne herausholen bis dass sie weg ist und gehe dann über den belichtungsregler das heißt sowas schon fast zu hell jetzt kann ich also die sonne nicht mehr entgegenwirken weil ich bin mit dem lichter regel ganz unten und mit dem tiefen regler ganz oben das ist das maximum was ich raus holen kann bei der sonne und bei den tiefen werde ich heller dann bricht mir hier die sonne weg oder werde ich dunkler dann verliere ich hier details am rand ich versuche jetzt hier so einen schönen kompromiss zu finden so sieht eigentlich fast so aus wie es damals gewesen ist also das bild ist jetzt uralt wie gesagt pentax k5 ich habe jetzt seit über zwei jahren schon die k1 mark 2 also das foto wird bestimmt um die zehn jahre alt sein aber ich glaube damals hat das ungefähr so aus ich glaube auch ja ist etwas schwieriges sind nach ihnen zu sagen die struktur jetzt können wir hier mit der struktur zum beispiel wieder arbeiten indem wir steine etwas mehr herausarbeiten oder aber wir sagen wir machen das ganze etwas weiter ein ausrufungszeichen jetzt das ist weil wir gerade weil wir gerade am bearbeiten sind in dem moment wo ich bearbeite sagt er das entspricht nicht mehr dem dem bild wie es tatsächlich ist okay du siehst also hier quasi ich kann das vielleicht hier oben besser zeigen wir merken uns mal bei 2 10 durch das ausrufe zeichnen siehst du so sieht das jetzt gerade aus und ich bewege aber den dreh klar das heißt das was ich verändere verändert sich unten nicht ich habe zum kleinen vergleich direkt also keine panik nein das war alles gut ausrufe zeichnen sind generell nicht gut aber in dem fall sind sie jetzt nicht mit der struktur wie gesagt ich nehme lieber etwas struktur raus weil es wird mir das zu hart mit den steinen bei der klarheit können wir gerne etwas hoch gehen weil dann dann differenzieren sich die farben am rand etwas mehr bei dunst entfernen ist es wieder ähnlich auch da gehe ich etwas hoch aber wirklich nur minimal so und mit dynamik sättigung holen uns jetzt die farben von dem sonnenuntergang richtig schön raus dass es wirklich wie so in so einem fantasy bild ausschaut und auch hier ist es wieder so ist es persönlicher geschmack wenn jetzt einer sagt ja gott das sieht aber völlig unnatürlich aus dann mach es anders mach es so wie es dir persönlich gefällt genau gradationskurve und detail lasse ich jetzt mal weg weil ich gehe direkt in den farbmischer rein denn das ganze hier hinten sieht schon etwas orange aus aber ich glaube das würde noch besser aussehen wenn es eher so etwas ins rötliche reingeht ja sicher weil das ist ja beim sonnenuntergang es ist ja gerade das schöne dabei so und eigentlich ist das bild jetzt auch soweit schon fertig auch hier ist es wieder so wir können das jetzt mal öffnen wir können mal schauen ob der horizont gerade ist weil ich glaube der kippt ein bisschen nach rechts ja minimal das liegt aber auch an der an der an dem objektiv ich glaube das war wieder 1645 das ist einfach wahrscheinlich die objektivwölbung auch das könnte man jetzt korrigieren korrigieren indem man hingeht aber das ist eigentlich schon etwas etwas fortgeschrittener wieder aber man könnte jetzt hier hingehen und sagen entweder transformieren wenn du etwas bearbeiten transformieren möchtest und das ist ausgeblendet dann heißt das die ebene ist in dem moment gerade gesperrt das liegt daran wir sind auf der hintergrund ebene und wenn ich die hintergrund ebene bearbeiten möchte dann muss ich das erst photoshop sagen weil jetzt in dem moment kann ich da nichts von verändern ich brauche bloß ein doppelklick machen dann wird die umgewandelt in eine normale ebene und jetzt kann ich hier im bereich transformieren alles auswählen und ich könnte jetzt hier zum beispiel den bereich verzerren nehmen und dann könnte man sich das so zurecht schieben wie man das will das ist das ist aber jetzt natürlich etwas übertrieben und ich wollte auch eigentlich woanders drauf hinaus und zwar arbeiten rückgängig wenn man den filter verflüssigen nimmt auch dafür muss die ebene natürlich umgewandelt sein in eine ebene 0 wenn ich jetzt hier diesen wischfinger nehme man sieht hier in der mitte diesen kreis das zeigt dass das werkzeug an mit dem ich gerade arbeite ich mache das mal größer wenn ich jetzt den wischfinger nehme und hier schaue okay das ist jetzt so ziemlich ausgerichtet drücke jetzt einmal die linke maustaste und schiebe das minimal nach oben seht ihr wie sich das hier verändert und somit könnte ich halt den horizont korrigieren dass das relativ gerade wirkt aber das ist halt auch pi mal auge ich habe zwar in der mitte letzte diese diese linie die ich durch diesen kreis da sehe und darin orientiere ich mich das heißt ich versuche halt genau auf dieser linie zu sein und dann ist der horizont wirklich schon sehr sehr gut ausgerichtet und mit okay bestätigen und ich finde es ein schönes bild ja man kann es noch mal schauen ist er jetzt wirklich hundertprozentig gerade oder geht er jetzt nach oben aber wir haben jetzt eine ganz kleine wölbung nach oben auch die korrigieren wir jetzt noch durch das freistellungswerkzeug indem wir das bild ganz minimal nach links kippen und jetzt ist es so das war schon zu viel diese diese kästchen hier in der mitte die jetzt da sind die kann man natürlich auch ausschalten weil die sind teilweise störend aber man sieht hier rechts neben dem maustreger jetzt diese diese grad zahl und bei 0,7 springt er direkt auf 0,0 das liegt daran weil wir an ich brauche das mal kurz ab weil wir hier bei den linealen ausrichten eingeschaltet haben das heißt wenn wir solche hilfslinien haben dann richtet sich das bild immer an diesen hilfslinien aus wenn ich das jetzt ausschalten und gehen noch mal auf dieses beschneidungswerkzeug dann kann ich wirklich um 0,1 grad 0,2 grad 0,3 grad korrigieren dass es wirklich so ist wie ich es haben möchte 0,3 dann sieht das relativ gleich aus auch hier fällt jetzt wieder im bereich weg doppelklicken das ausrichten an der linie war ich mir wieder an so und damit wäre auch das bild gerettet ich hätte mir natürlich am anfang eine kopie machen können des bildes das hätte man jetzt direkt im vergleich gab zwischen vorher nachher machen wir nächsten aber ihr seht wie schnell diese bearbeitung eigentlich geht das beispiel ist das mal so das sprechen wir auch wieder als psd wichtig ist für für instagram wenn man auf instagram bilder hochladen will am besten als jpeg dann wird die dateigröße verringert die qualität leidet auch minimal darunter aber jpeg ist halt für sowas immer gut und auch für whatsapp wenn man bilder verschicken will immer jpeg jetzt haben wir eigentlich nur noch den wasserfall von der poster das war oben auf dem großglockner und ja das hat tatsächlich so daraus gesehen ich meine dass das sieht jetzt aus als wenn das mit einem infrarotfilter aufgenommen worden wäre dann keiner also leute falls ihr mal da seid geht dahin schaut euch an und es ist eins zu eins so auch mit der spiegelung das ist der wahnsinn da gewesen und auch hier gehen wir jetzt wieder hin arbeiten ein bisschen die tiefen aus die lichter können wir noch etwas höher damit uns hier in der großglock noch nicht verloren geht so dynamik etwas anheben den farbton etwas anheben okay das wird jetzt zu bunt aber ist ja auch wieder geschmackssache bei jedem einer möchte dass das nicht nur gesteinsfarbe ist der kann sich das auch im bund machen so jetzt können wir hier natürlich sagen korrigieren möchte könnte man das natürlich auch etwas gründlicher machen aber ich glaube so sind wir recht noch dran oder das grüne wasser wenn wir jetzt sagen das grüne wasser das war ja eher bläulich jetzt müssen wir schauen welcher farbton da eher zutrifft so dass hier das wird dann noch grüner noch intensiver aber wie gesagt dass das tatsächlich so aus da können jetzt noch hier aber ach ja den reiter luminanz den habe ich noch gar nicht erklärt und zwar farbton und sättigung das hatte ich ja vorhin erklärt bei farbton ändere ich den ton in die gewünschte richtung bei sättigung kann ich jetzt zum beispiel bei orange sagen wir nehmen etwas sättigung raus damit das nicht ganz komplett braun wird oder im gegenteil noch wieder rein und mit der luminanz ist es so jetzt hier die berge recht dunkel sind luminanz auswählen luminanz ist die helligkeit des farbtons und dadurch dass wir jetzt bei orange sind wenn ich jetzt nach rechts gehe hebe ich nur die orange farbtöne an also ihr seht das der der himmel selber hier oben verändert sich nicht die wolken ja weil in den wolken wahrscheinlich auch so ein bisschen orange enthalten ist deswegen hebt sich das mit an aber ich arbeite jetzt tatsächlich nur mit den orangenen tönen genauso ist das wenn ich sage der see das war wahrscheinlich hier so in dem farbton dann könnte ich jetzt hier dunkler machen oder heller und ihr seht das jetzt hier schon so ist es ungefähr original wenn ich jetzt nach links runter gehe arbeite ich hier in dem bereich die details der spiegelung weiter raus sondern links kommen die details besser raus nach rechts gehen die verloren so kann ich diese spiegelung sogar in dem kleinen see da beeinflussen so und das ist eigentlich die kernaufgabe von von der bildbearbeitung was man jetzt noch beachten muss bei instagram ist es ja so bei instagram ist es ja so die bilder sind quadratisch das heißt wenn ich jetzt sage ich möchte ein quadratisches bild haben nämlich auch wieder dieses beschneidungswerkzeug und jetzt könnte ich entweder die shift taste gedrückt halten das ist diese taste hier mit dem fall oben die shift taste gedrückt halten und mit der linken maustaste ein rechteck aufziehen das ist dann auch quadratisch und mir das dann so korrigieren wie ich möchte also so lange wie ich nicht enter drücke kann ich jetzt hier hin und her schieben also kein doppelklick und kein enter dann kann ich jetzt hier hin und her schieben bis mir passt das ist ungefähr der goldene schnitt dazu werde ich auch noch mal ein video machen was der goldene schnitt ist aber was ist wenn ich das eigentlich ja wenn da die tats verloren wenn ich sage ich mag das aber bitte ganz drauf haben also aber dann verkleinern das bild dass das auf instagram passt also moment dass wir sind vorbeireden verarbeiten zurück also möchtest ich möchte dass der see ganz drauf ist also wenn ich jetzt sagt oder da wird irgendwie im baum stehen sagt hey der ist so schön das ist schwierig also das problem ist ist aber so wenn ich jetzt hier ich stelle es hier mal verhältnis eins zu eins ein ja so das ist auch jetzt quadratisch eins zu eins ist das gleiche was gerade mit der shift hast du gemacht habe wenn ich jetzt sage ich möchte den see komplett drauf haben müsste ich ja jetzt hier schon so rüber gehen das heißt die brücke ist aber sehr nah am rand und das problem ist wenn ich jetzt hier sage ich möchte aber hier noch mehr drauf haben dann sind hier leere bildinformationen aber auch dafür gibt es eine möglichkeit die photoshop bietet die es allerdings nie hundertprozentig man muss da wirklich sehr viel nacharbeiten ich mache jetzt mal ansicht ganzes bild das ist unser bild wie wir es jetzt haben ja und das möchte ich halt so klein haben dass alles drauf ist für instagram ja so über bild arbeitsfläche kann ich mir anzeigen wie das bild jetzt gerade ist von der größe her ich sehe das ist 41 72 breit 27 64 hoch also ein breitformat bild wenn ich jetzt die höhe der breite anpassen will muss ich natürlich jetzt hier auch 41 72 angeben dann wäre das ein quadratisches bild wo halt leere informationen sind jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen ich nehme mir hier den bauberstab klick hier einmal rein klick hier unten einmal rein also noch mal hier ein klicken die shift taste gedrückt halten und hier unten rein klicken weil dann sind direkt beide bereiche auf einmal markiert weil sonst wenn ich die schiff drückt die schiff taste nicht gedrückt halten kicke hier oben rein dann hier unten dann geht oben das weg deswegen schiff hast du gedrückt halten dann kann ich beide markieren jetzt gehe ich hin und sagt auswahl verändern vergrößern oder erweitern um ich sag mal drei pixel einfach nur das heißt ich gehe mit der auswahl schon etwas in das vorhandene bild rein das mache ich immer so wenn ich ja den nächsten schritt machen was ihr jetzt seht und zwar will ich jetzt diese leeren bereiche füllen dann drücke ich einmal die shift taste halte die gedrückt und drücke f5 dann geht dieses fläche füllen bereich auf das kann man auch hier über das menü oben auswählen aber ich mache es immer shift taste f5 inhalt ist inhalts basiert das heißt photoshop wird jetzt versuchen diese beiden auswahl rechtecke hier unten mit informationen aus dem bild zu füttern drück ok dann dauert natürlich ein bisschen weil das jetzt von photoshop erst mal berechnet werden muss und dann selbst so aus und das ist das schwierige ich habe das zwar jetzt rechteckig das würde auf instagram wahrscheinlich gar nicht so schlecht aussehen aber es ist tatsächlich so in der regel muss man immer nach bearbeiten also auch hier müsste ich jetzt wieder den bereich reparatur pinsel arbeiten und das dann alles noch mal nach retuschieren oder mit dem stempel könnte ich hier drüber stempeln und das weg machen aber dass das ist jetzt schon retusche arbeit dass das geht sehr viel über das thema raus aber ich sag mal so dass das bild ist mit informationen gefüllt und ich kann es ja jetzt immer noch beschneiden dass es nicht ganz so ich sag mal künstlich aussieht also dadurch dass ich oben dieses eins zu eins eingestellt habe kann ich es auch einfach hier hin und her schieben das bleibt immer ein quadrat ich sag jetzt mal gut ich mach das jetzt mal so also jetzt hier und die bildfehler ignorieren wir jetzt einfach mal es geht sich nur darum dass du halt deinem wunsch nach kommst den see ganz drauf zu haben und auch die brücke das entspricht schon relativ dem was deinen wünschen war nur eine idee ja kann auch das original nehmen und das halt ja ist aber so bei den möglichkeiten sind richtig aber dass da gerade das problem ist bei bei instagram wenn wenn jetzt jemand diesen berg kennt und er sagt hey moment mal der hat ja hier nur einen hobbel wie sagte hier bei dir da muss ich wieder rechtfertigen also ich würde schon versuchen so wenig wie möglich an den bildern zu manipulieren ja ist einfach so aber wie gesagt das ist halt das wichtige wenn man für instagram bilder braucht ich nehme noch mal das von dem wasserfall von gollinger wasserfall das bild vorhin auch hier ist es so es gehen halt natürlich unheimlich viele informationen verloren wenn ich da ein quadratisches bild das machen möchte also ich habe das werkzeug noch ausgewählt 1 zu 1 und auch hier ist es jetzt so ich muss das ein bisschen drehen weil der wasserfall ein bisschen gekippt war jetzt könnte ich das noch so schieben so dass das nimmt viel von dem blöde ich sag mal ja ist leider so es ist ein blödes format bei instagram dass die sich da gewählt haben jede kamera macht 16 zu 9 bilder und die entscheiden sich für ein 1 zu 1 bildformat ist das schwierig aber es ist nicht ja nur so als eyecatcher und es gibt auch bei instagram möglichkeiten querformat bilder einzufügen aber auch dass wir jetzt den rahmen fällig sprengen so und das ist eigentlich das eigentliche thema der bild bearbeitung wir haben jetzt hier gute dreiviertel stunden lang geschmatzt ich glaube an der stelle werden was auch wir wollten eigentlich noch mal zeigen wie man noch ein panorama macht aber das problem ist man kann das thema bild bearbeitung einfach nicht in einem film erschlagen genau und du hast immer so viel infos du könntest stunden erzählen darüber und ich muss das erst mal speichern deswegen eigentlich das ging ja jetzt hier nur darum dass das thema bild bearbeitung zu einmal anzusprechen und wir hatten das ja eigentlich schon bei dem ersten bild gemacht mit dem gollinger wasserfall wo wir sehr in die details gegangen sind und die anderen beiden fotos waren ja nur noch mal zum zeigen wie schnell diese bild bearbeitung eigentlich vorangeht solange man nicht retuschiert oder irgendwas nur das reine bild entwickelt ist das recht schnell gemacht und darum ging es jetzt die fotos die wir haben die kannst du jetzt nach und nach alle bearbeiten entwickeln und nach dieser prozedur und wir können halt oder du kannst halt bilder bei instagram hochladen und dieses retusche thema oder panoramen oder hdr ich meine wir brauchen noch ein bisschen content für unsere nächsten filme deswegen das wird halt in zukunft alles kommen wir werden halt oder ich werde dir halt nach und nach alles zeigen und auch da ist es so ich lasse ich wieder daran teilhaben damit auch ihr was davon habt und ihr vielleicht fortschritte machen könnt falls ihr anfänger in dem bereich seid lasst euch wie gesagt nicht davon erschrecken dass ich mit photoshop arbeite bei den anderen bild bearbeitungsprogramm ist ähnlich auch da habt ihr sehr viele einstellungsmöglichkeiten es gibt zahlreiche wirklich wirklich gute bild bearbeitungsprogramm wie zum beispiel gibt es komplett kostenlos und man kann damit wunderbare bildentwicklung oder auch manipulationen collagen und sowas alles machen ich zeige es in photoshop aber es ist in vielen anderen programm nachzumachen und du arbeitest mit photoshop elements das können wir gerne auch noch mal zeigen photoshop elements ist so leicht abgespeckte version von photoshop ja gut ist schon deutlich abgespeckt aber enthält halt die wichtigsten sachen die man wirklich braucht für die bild bearbeitung weil photoshop ist ja jetzt eher so für den profibereich für die druckverstufe und so was alles da sind funktionen enthalten die braucht man normal also nicht wenn man einfach nur bilder bearbeiten möchte oder vielleicht mal eine collage machen du wirst sehr oft deinen namen hören weil ich werde erst mit photoshop elements arbeiten hatte tun die hat mir das nämlich gekauft und hat gesagt so schatz und jetzt bist du dran jetzt machst du das und ja aber ich brauche ein lehrer und erst für mich der beste lehrer überhaupt und mal gucken wie hoch die geduld ist dass das alles so läuft was was ich selber auch noch lernen muss ist ich sehe das ist gerade hier im gesicht ich bin recht orange weil wir haben hier so eine orangene lampe stehen die habe ich wirklich gebraucht weil sonst wenn die lampe aus wären wäre ich gar nicht zu sehen aber die ist schön die lampe die ist wunderschön ist eine mondlampe also eine wunderschöne mondlampe aber sie macht mein gesicht orange aber ein bisschen farbe schaltet dir nicht sie sieht aus wie kurz nach urlaub okay in dem sinne würde ich sagen an der stelle macht man stopp ja wir wollten eigentlich heute ein anderes video gemacht haben wir wollten mal wieder unterwegs sein gerade jetzt dritter april oder april was weiter haben kommt natürlich der winter zurück und wir haben schnee draußen liegen das hat mich jetzt nicht so motiviert durch den schnee zu gehen weil wir hier unten in bayern wohnen und wir haben schnee mehr als alles andere aber das nächste touren video wird kommen auf jeden fall wir haben da schon einige sachen in planung und wir warten darauf dass das wetter wieder ein bisschen schöner wird und dann gibt es auch mal wieder ein bisschen anderen content weil jetzt hat man letzte woche bildbearbeitung diese woche bildbearbeitung aber bleibt dran es kommt auf jeden fall bald was anderes wir würden uns freuen auf jeden fall ich hoffe ihr auch bis zum nächsten mal bis dann tschau tschau bis dann